So Leute, da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Magica 2 zusammen mit... The Vardrock! Genau, mit The Vardrock und wir haben uns heute noch einen zusätzlichen Gast geholt, nachdem letztens Topics dabei war, ist heute Gecko dabei. Gecko sagt hallo! Ja, hallo, ich bin der Gecko. Hallo Gecko! Und ja, wir sollten jetzt ins nächste Level geworfen werden, wir gehen einfach mal los, fortsetzen. Ein einfacher Schild, absorbiert Sprühe und Blitzzauber und lenkt Strahlen ab. Physische Objekte wie Zauberer, Schwerter oder Monster hält er jedoch nicht auf. Ja, er ist nicht mehr ganz so über. Ihr könnt bis zu sechs Artefakte gleichzeitig aktivieren, um eure Artefakte frei zu gestalten. Mit den Artefakten habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das geht. Aber jetzt kommt erstmal Story, Fragezeichen. Artefakte sind genau das, was wir gerade haben, Murphy. Die Schwerter und so. So, da ist ein zu tun. Buchlesen, Wania finden, Anfreunden, Kind retten. Vlad. Okay, Vlad hat einen Zettel da gelassen. Er sagt, Wania finden und anfreunden aus Magica 1. Wissen wir, was das bedeutet? Wenn ihr über mehrere Magiks in derselben Ebene verfügt, könnt ihr durchschalten, indem ihr das gewünschte Magik im Magik-Balken auswählt. Drückt einfach rechte Maustaste und wählt mit einem Druck auf linke Maustaste ein neues Magik aus. Das ist das da. Ey, nein, erst rechte Maustaste und das wäre, dass ihr Pergament missbraucht. Achso, ich blick da drüben. Ach so. Das ist einfach irgendwas auf ein Urheil, das kostet das Magik-Balken, das lässt es laut vor. Jetzt kann eigentlich jedem praktisch alles passieren. Moment, Moment. Das war ein Haltzauber. Und da können auch böse Dinge passieren anscheinend. Ja, da kann man auch ordentlich aufs München kriegen. Okay, ich lasse erstmal den Not-Teleport da drin. Nee, ich gehe auf Grenze. Ich mag den Drachenstreich. Sieht ein wenig instabil aus. Okay, ich glaube, ein bisschen... Bam. Sollte da reichen. Oh, wie wird die Steine... Oh, der Bio-Eintopf riecht gut. K-Nem, K-Nest. Geht doch nichts über den regionalen Anbau. Nimmt er. Wer hat die Krustentierbarrikade zerstört? Okay, ich habe Angst. Okay, ich bin tot, das erste Mal. Nimm den Zauber haben wir ja auch noch. Gecko ist der Einzige, könnte mich jemand wiederbeleben. Gecko ist der Einzige, der das Spiel schon durch hat, deswegen würde er uns nicht zu viel verraten. Ja, ich werde mich zurückhalten. Ah, das ist nett, danke. Wieso kann ich die? Oh, jetzt kann ich die doch. Du siehst, wir sind hier, wir gehen hier professionell ans Werk. Genau. Die Bestienleute sind für ihre vegane Küche weltberühmt. Danke. Tschüss. Oh, du hast die ekelhafte Stimme, die ekelhaften, nervigen Stimme. Ja. Hier natürlich noch. So, hier gibt es bestimmt ganz viel, was wir verpassen können. Da liegt zum Beispiel ein Hammer. Boah, sehr Hammer. Oh, das Lauch. Ziemlich harmlose Waffen, mit der man keinen kleinen physischen, mythischen Zauberin auf die Birne klopfen kann. Hoher physischer Schaden bewirbt ein Niederschlag. Das Lauch. Hier ist noch mehr Lauch, guck mal. Oh ja, ich möchte gerne... Warum gibt es nicht die Lauchstange als Waffe? Ich will hier so vor Rett herumrennen. Ja, das wäre über. Ich würde die ganze Zeit, auch wenn es schlecht ist, ich würde die ganze Zeit so rumrennen. Kann man... Ich wette, hier gibt es irgendwas, was wir verpassen können. Aua. Alles muss brennen. Schön. Ach, du hast ja auch... Gib mal an die Höhle. Na, sowas. Eine Höhle in einer Höhle. Wie ein Traum im Traum. Moment, was? Was hast du gekommen? Mach nichts. Du hast mich gerade in die Höhle geschubst und da... Wie bist du gesprungen? Also die Klippen sind immer sehr luftig, ne? Will ich doch mal vorwarnen. Ich neige da zu einer gewissen Spell, hast du? Und nach links, nach links. Geisterfinger, Geisterfinger! Moment, es ist Macarena. Die tanzen den Macarena. Wilde Fire eindringen, Dinge. Ich bin tot. Ich wollte es nur sagen. Ich bin nicht mehr tot. Ich brenne und bin gleich wieder tot. Und das dank dem lieben Wartrag. Wo bin ich denn? Ich lebe noch. Sehr schön. Was? Ich hab nichts gemacht. Hast du wohl? Du hast mich angezündet mit deinem Drachenfeuer. Genau. Okay, dann war's Gekko. Nein. Niemals. Wäre jemand so freundlich, vier zu drücken? Er macht nicht die ganze Zeit diese Steinschilde. Eine Diebe. Oh. Oh, ich glaube, wir haben das in der Mitte angezündet. Oh, ich dachte voll. Autsch. Du bist voll reingerannt, Gekko. Genau. Ach ja, ich hab ja noch meine Schilder. Dieses Feier-Symbol bitte nicht vor dem Fest niederbrennen, sonst kriegen wir keine schönen Sachen. Okay, schnell ausmachen. Nein? Schnell wieder anzünden. Du sollst nicht ins Feuer rennen. Ich bin mit dem Feuerwehr-Robo unterwegs. Du fennst das nicht. You shall not burn. Ich hab übrigens Wasser resistent. Nur dass ihr wisst. Ja, das hab ich schon gemerkt. Ach. Deswegen kann man nicht einfrieren, oder was? Doch, einfrieren. Alter! Boah! Ich bin der, der dich eigentlich halten würde, der dich noch verraten will. Ist schon klar. Wo müssen wir weiter? Ich finde es in diesem Spiel übrigens sehr schlimm, dass man immer mal wieder so vorgesetzt wird. Ein Thron aus lebendigem Stein. Es ist gut, der bestgefühlt zu sein. Nur haben wir hinterher etwas raus. What the fuck? Moment, da können wir ihn töten. Hä? Das hätte mich jetzt fast, ähm, das täte mir fast leid. Mach jetzt da vorne, versuch den Stein zu... Ich hasse die Steuerung übrigens immer noch. Los, Raffi, schnell! Was falsch ist? Was müssen wir tun? Wir müssen nach da unten weiter gehen. Nicht. Du nicht, halt gesagt. Ja, gut, du doch. Oh, klar. Ja, genau, Platin. Hat doch funktioniert! Ich weiß nicht, was du hast. Hat alles gut funktioniert. Danke. Geh. Er brüllt den Kinn aus so. Hey, guck mal, du das. Ne, das sind die Fische. Welche Fische? Die sind doch töne. Da war das. Oh, da ist ein Feuer. Da ist ein Stromtyp. Entschuldigung, das musste sein. Ja, ja, ich stepp mal gerne, wenn es sein muss. Zipende! Genau, gehen wir jetzt Strom auf den Stromtypen, Leander. Was? 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 Leander, umgedracht. Das war ich, Leander, schnell. Das war ein bisschen sauberes 1 zu 0 für mich gerade, ne? Ja, ich weiß. War Absicht. Außerdem, was heißt 1 zu 0? Das war eben schon 2 zu 0. Ja, ja, das war jetzt gar nicht erst gezählt. Den ersten hat die ja schon hochgedrückt. Ja, da brauchst du auch nicht 1 zu 0 sagen, weil ich kann ja nicht mehr ausgleichen. Ja. Könntest du das bitte sein lassen, diesen, diesen... Das ist nicht stehen, warum kann man keinen so 5 zum Start mitnehmen? Ja, ich weiß auch gar nicht, wo wir überall was übersehen haben sollen, wenn man nirgendwo was einsammeln kann. Ähm, übrigens, das habe ich mitgekriegt, ähm, alles kann man nur finden, wenn man auf der Arne spielt. Wenn man was? Auf der Arne spielt, auf der Schwierigkeitsstube. Achso. Wie hast du das schon wieder rausgefunden, hast du im Internet geguckt? Nein, er hat eine Banane gegessen, die Hülle hat ihm gesagt. Aha, okay. Dumpe, Dumpe Zoom! Alle Beine! Anstatt, dass mal jemand Leben reinhaut. Oh, ich bin fast tot. Moment, wo rennt der da unten hin und warum kommt der nicht wieder? Wow. Geh aus dem Weg? Genau. Geh aus dem Weg, sagt er, anstatt mal ein Stückchen zur Seite zu gehen. Das hatten wir heute schon mal geguckt, ne? Monster Hunter. Ich hab mich dafür geopfert, für dich, ne? Hey, wieso wird der, wieso wird der, wieso wird der geheilt? Hat mal jemand da hinten, ähm, Akkan drauf oder tot? Die heilen sich selber. Eko, hau du an. Es hat sich gelohnt, den haben wir getötet. Komm, ich hau Leben hinter. Ich wollte grad vier drücken, aber ich bin ja der, der tot ist. Schon, ich dachte, da lebt noch was. Moment. Ich gaste ab und zu mal die Eins, ne? Also das Pergamentzeug. Ja, das war grad ein Blitzschlag, den haben wir noch gar nicht. Ja, aber ich wurde grad von sowas eh nicht, wie ein Blitzschlag, ja, oh, den, den, man konnte den Kohl grad anquatschen. Ja, hab ich auch. Ja, er ist weg. Oh, ich hab ne Karotte bekommen. Neue Waffe freigeschalten, weg. Oh ja, bitte. Damit kann man heilen. Bitch slap, bitch slap. Ich will die Bitch geslappt werden. Ich will die Karotte haben. Ich will auch die Karotte haben. Moment. Nee, an der Fall. Ich komm schon. Ich finde, wir sollten weitergehen, komm. Ja. Schon direkt zuvor in der kalten Erde zwischen Wimmel und den Würmer. Klarer Fall, eine Dedikatesse. Mittlerer Lebens, äh, Schaden. Okay, lass mir die Karotte. Beste Freunde für immer nicht wahr? Achso, stand beim Rückenstecher noch. Bei den Arbeiten an diesem Spiel sind keine Dörfler zu Schaden gekommen. Ja, beim Spiel an diesem Arbeiten schon, oder wie auch immer. Oh, die Schneeweiner. Ich glaube, ich habe Angst. Ja, ich auch nicht. Ich schon. Oh, jetzt habe ich ihn wieder auf. Ich auch. Und zwar tot, aber ich habe ihn wieder. Moment. Der sieht aus wie der Soulstorm. Ähm, Leute, danke. Klasse. Coole Idee. Was denn? Au. Was war das, Mafi? Der Deck hat mich auf die Idee gebracht. Oh, der hat mich aufgebracht. Oh. Mit der Idee. Oh, Mann. Tut mir fast leid. Das macht ordentlich Schaden, was? Oh. Oh Gott, ich habe einen Lemus-Schuss. Welche Elemente haust du da alles rein? Wasser, Eis, Äh, 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 Arkan, Stein. Arkan gibt es nicht. Äh, tot. Ja. Mafi hat nur gerade Arkan gesagt. Dein könnte man auch reinhauen. Na, Stein musst du reinhauen. Den muss ich nicht. Naja, nee, musst du nicht. Tickende Zeitbomben? Ach, komm schon. Moment. Hast du gerade einen Hagel aus Lebensbomben? Warum ich? Oh, das war gar nicht das Monster. Sorry. Ich wollte auch nicht mal auf das Schild reinhauen. Ah, ich muss auf das Monster zielen. Ich töte irgendwie immer Gekko. Ach, was? Geh drauf. Man merkt, Gekko ist ein bisschen übelst mir. Ja, vor allem im Geübter mit Absicht töten. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Rest, please. Ich hasse es übrigens, dass man hier diese Zielsteuerung machen kann, wo ich da nie dran denke. Doch nicht. Ich sehe das. Ich habe Trask gehabt. Das lustige ist nur, ich habe es nicht rausgefunden mit meinem... Das gute alte Mehrspieler-Puzzle. Das gute alte Mehrspieler-Puzzle. Wie er es? Ähm... Ich habe auch eine grobe Verschuldung. Ich stelle mich hier hin und drehe mich auf den Kopf wie so ein Capoeira. Leider, du stellst dich einen in den Wagen. Oh, warte mal. Wir müssen mal da drin. Gecko, du bitte zielst mal mit Leben auf die Mitte der Fläche. Haben wir schon ausprobiert. Das funktioniert leider nicht. Ich brauche noch nicht auf mich. Ne, wir müssen genau in der Mitte treffen. Ja, ja, halt schon. Das nicht. Sag ich ja. Warte mal, das ist... Ist das... Ich brauche noch irgendeinen Vierer-Zauber dafür. Das ist Taurus. Moment, da sind Elemente. Elemente? Ja, oder? Naja, es ist doch nur... Es ist alles wie das Lebenselement, ne? Lass doch mal alle Leben in die Mitte, Carsten. Toll. Warum? Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich Leben rundum wie Carsten. Finde ich gut. Totally worth it. Aber das kann sein, dass es wirklich ein Vierer ist. Ich würde es aber fast nicht vermuten. Das kann ich sagen. Gekko, du hast ja schon wieder was... Oh. Könntest du bitte deinen Zauber lassen, den wir alle noch nicht haben? Ich habe das jetzt erst gesehen, dass du zwei Zauber hast, die wir noch gar nicht haben. Ich... Naja, egal. Moment. Du bist da vielleicht alle Schnee mehr, oder? Hä? Ne, hier ist nur einer. Wie selts. Das ist das gute alte Mehrspieler-Puzzle. Aua. Zerbende. Oh, diese Stimme. Ah, guck mal, das war gut. Geht nur wieder. Man muss es nicht hinkriegen. What the hell? Du nicht. Nein. Nope. Ist du hingefallen? Nope. Ich habe das richtig direkt gebrochen. Weg da, Maffi, weg da, weg da, weg da, weg da. Nein. Angst. Guck mal, der, 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 der Thermale-Typ. Hör mal, wer da hat. Ähm, ich bin so ein bisschen halb tot. Ich auch. Oh Gott, ich habe gerade geheilt. Warum dürft ihr euch eigentlich zu zweit um einen kümmern und ich muss mich alleine um einen kümmern? das war dafür dass mich angezündet hast ja früher warte mal warte 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 stopp 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 genau hier schon hat passt ich würde nämlich sagen das war es nämlich erstmal für heute mit magica 2 wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn gecko auf ein neues getötet wird bis dahin und tschüss dann sagt halt nicht tschüss